Hallo meine Freunde, mein Name ist Banda, das ist ein Rising Sunday und Switten LP Video. Wir spielen wieder Titanfall mit den üblichen Leuten, wie auch in den Folgen davor. Der Link ist mal wieder in der Videobeschreibung. Jo, also zum Lappen. Hab den ersten Kill schon kassiert. Und ich bin auch schon gestorben. Alter, da ist gerade jemand hinter mir. Kein Problem, ich stile Kills gerne. Jo, hab ich gesehen. Oh, Alter, Leute, das ist gerade geil für mich, Alter. Noll, bricht dir einfach mein Genick der Spasten. Ähm... What the fuck? Mega lag bei mir. Ja. Kann man auch nicht sein, dass man die erwarten, ne? Gegnerisch. Die Titane schon. Boah, ich blute. Boah, ich blute. Ah ja, wird der Spiel 3. Ich bin leider nicht. Aberátor mehr. Ja, du bist kein mal gestorben, im Moment. Ja, ich bin ganz oben. Ich kann meinen Titan rufen Alter Ich kann meinen Titan jetzt auch rufen Nein, habe ich schon zweimal gerufen Achtung, hinter dir ist einer Ja, hinter jemandem, der auf dem Dach ist Nee Alter, wie die ganze Zeit die Challenge ist complete, Alter Sorry Oh Nicht im TS Ich habe den Öfters getroffen, als er mich Gut, der drin ist im Horst ist jetzt schon tot Ja, mein Automatiker lernt noch Automatiker Oh, der hat mich kaputt getreten Ich sehe dich ja so selten Gegners Achtung, beim missgegentlicher Titan Ich bin so am Arsch Ich bin gerade auf dem Titan drauf Kaputt Und die Gegner sind gut Wir zwei Challenge ist complete Alter, wenn mir läuft Boah, jetzt bin ich aber tot Jo, Panda und ich haben wieder gleich viele Punkte Jo, aber wenigstens Wenigstens habe ich einen Titan jetzt schon zerstört Da ist ein Fruscher Titan, verdammt Ich habe den Typski aus dem Titan rausgeholt Ja, das ist voll witzig Ja, voll das geile Gimmick, ey Achtung, da ist ein Titan, da ist ein Titan, Leute Ja, ich Habst du merkt Ich habe schon zwei Granaten gewiffen und einer übrigens daneben Gewiffen Bin drauf, bin drauf Und auch nicht Da ist schon eine geworfen Ja, das ist auch ganz witzig Ganz witzig? Ja, dadurch kannst du Leute, also Piloten Daniel, mein Titan kommt gerade Ja, schön für dich Ja, meiner kommt jetzt auch Meiner kommt auch gerade Ähm Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte Genau Wenn irgendwie gerade zum Beispiel Einer auf dich reitet Einer auf dich reitet, lol Ähm Ja Da kannst du den mal ein bisschen rösten Weil das so elektrogedünns ist What the fuck Ich glaube von der Druckquelle zerstört worden, Alter Ist ja wohl um auf dem Dach Alter, bei mir ist Bei mir kennt so ein Titan vor dem Fenster Bitte Ja Das ist noch nicht mal ein Auto Titan, ne Das ist so ein Das ist wirklich Alter Alter Ah Mist Mist, 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 Mist Verdammt Ah Mist Und den zweiten Titan zerstört Ich glaube wir verlieren langsam Verlieren? Nein Wir doch nicht Der explodiert, der explodiert, der explodiert Okay, ich heiße mir gerade gestorben Oh Ja Nein, wir haben Deathmatch verloren Aber war knapp Wo ist das Ziel, wo ist das Ziel Sie ist gerade gar nicht Da oben Och ne, man muss in diesem Ziel ja reinspringen, Alter Das ist Titan Weg da Mein Titan kämpft immer noch Leute, die Kilken will ich ansehen Der Typ Der hat mich doch am Fuß getroffen mit einem Schuss und ich war tot, ne Daniel Ich bin drin, geil Ich weiß Der Teil, äh Zwei Sekunden, eins Bin schwer Ne, habt ihr noch geschafft Oh, geschafft Oh, ich dachte, ich sei Lone Survival Thomas, du bist blöd Wir beide nur Alter 6,0 32,8 2,2 4,8 Ach du Scheiße 23 Hier kann jemand vor mir sein, der öfter gestorben ist Weniger Pilotenkills hat und nicht mal einen Titan kaputt gemacht Keine Ahnung Ich habe zwei Titans kaputt Alter, ich habe 11.500 XP bekommen, ne Level 11, Alter Ich habe 5.285 Ich habe Raketen Ich habe sechs Ich habe sechs Challenges Completed Completed Läuft Egal, es war's schon wieder mit der Aufnahme und Tschüss Egal, es war's schon wieder mit der Aufnahme und Weise Ja